Die erste Initiative ist die Befreiung der Heiratsstrafe. Heute werden die Paaren, die heiraten, steuerlich immer noch benachteilt. Das finden wir ungerecht und darum unterstützt die CVP die Gleichberechtigung von verheirateten Paaren und nicht verheirateten Paaren auf steuerlicher Ebene. Im Kanton St. Gallen haben wir das bereits eingeführt und darum hoffen wir, dass das jetzt auch auf Bundes-Ebene folgen wird. Die zweite Initiative ist die Initiative der Steuerbefreiung der Kinderzulagen. Heutzutage solltet man auf Bundesebene eine Einkommenssteuer. Das ist völlig irrsinnig. Wer Kind macht, tut der Gesellschaft etwas Gutes und sollte nicht noch Kinderzulagen versteuern. Darum wird die CVP mit der Initiative auf Bundesebene Kinderzulagen steuerbefreien.